Seit Jahren sind die Vorwürfe von Menschenrechtslern gegen China massiv. Peking verfolge eine massive Kampagne der Assimilierung der überwiegend muslimischen Uiguren. Sie leben im äußersten Nordwesten des Landes, in der Provinz Xinjiang. Immer wieder gibt es Berichte über Umerziehungslager. Dort sollen die Menschen gezwungen werden, ihre Religion, Kultur und Sprache aufzugeben. Nun sind erstmals größere Mengen an Fotos, Dokumenten und Namenslisten aufgetaucht, die Einblicke in dieses System gewähren. Das zeigen Recherchen des Bayerischen Rundfunks, des Spiegels und der BBC. Bewaffnete Sicherheitskräfte führen einen Inhaftierten ab. Bei einem Verhör kommt ein Stuhl zum Einsatz, der laut der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch zur Folter verwendet wird. Erschreckende Bilder aus chinesischen Umerziehungslagern im Regierungsbezirk Xinjiang aus dem Jahre 2018. Sie zeigen, wie brutal China mit seiner uigurischen Minderheit umgeht. Diese Fotos wurden dem renommierten deutschen China-Forscher Adrian Zenz anonym zugespielt. Nach seinen Angaben stammen die Dateien von Computern des Büros für öffentliche Sicherheit im Norden der Region Xinjiang. Das ist wie ein Fenster in einen Polizeistaat, über den ja so wenig Informationen herausdringt. Also so etwas haben wir wirklich noch nie gesehen. Die Daten übergab der Forscher 14 internationalen Medienhäusern, darunter auch dem Bayerischen Rundfunk, dem Spiegel und BBC News. In einer wochenlangen Recherche hat das Reporter-Team die Daten verifiziert und ausgewertet. Aus ihnen geht unter anderem hervor, dass es in den Internierungslagern auch einen Schießbefehl für den Fall von Fluchtversuchen gab. Für Experten keine Überraschung. Hart zuschlagen ist ein chinesischer Begriff, mit dem Regierungen arbeiten. Und dann wird versucht, jedes Mittel einzusetzen, das wir uns gar nicht mehr vorstellen können. China hat ähnliche Vorwürfe immer wieder bestritten. Auf eine ausführliche Anfrage zu diesen Fotos und Dokumenten hat die chinesische Regierung bislang nicht reagiert. Und wir sprechen darüber mit einem, der mitrecherchiert hat, Hakan Tan-Rewaldi in München. Gab es denn schon eine Reaktion aus China? Aus China gab es keine Reaktion. Es gab allerdings eine Antwort der chinesischen Botschaft in Washington DC. Und die haben gesagt, dass sich die Maßnahmen in Xinjiang generell gegen terroristische Bestrebungen richten, nicht aber gegen eine Religion und nicht gegen Menschenrechte. Wie sind Sie und das Team vom Bayerischen Rundfunk, der BBC und von Spiegel denn an die Daten gekommen? Die Daten haben wir bekommen über den China-Forscher Adrian Zenz. Der wiederum hat sie von einem Hacker bekommen, der sie von chinesischen Servern, von Sicherheitsbehörden, geholt hat. Und Adrian Zenz hat uns gegenüber gesagt, dass es keinerlei Bedingungen gab, die daran geknüpft worden wären, an eine Veröffentlichung. Es sei kein Geld geflossen. Allerdings, die Quelle wollte anonym bleiben, aus Sicherheitsgründen. Diese Leaks müssen ja verifiziert werden. Wie haben Sie denn diese Fotos, Informationen und Dokumente ausgewertet? Wir haben sehr umfassende Methoden verwendet, um diese Dokumente zu verifizieren. Da waren zum Beispiel in den Listen Telefonnummern enthalten von Polizisten. Die BBC News hat dort angerufen, knapp 150 Nummern abtelefoniert. Manchmal sind Menschen rangegangen und die haben dann ihren Namen und auch ihren Dienstrang bestätigt. Das war ein Weg. Der andere Weg ist, dass wir mit Angehörigen gesprochen haben, denen wir dann die Fotos vorgelegt haben und die ID der inhaftierten Personen. Und die haben uns dann bestätigt, ja, in einem Fall, das ist meine Frau. Das hat uns auch geholfen. Darüber hinaus gab es technische Mittel und Wege. Wir haben Satellitenbilder eingesetzt, um zu gucken, dass wir die Fotos, die wir hatten, die Außenaufnahmen gezeigt haben, dass wir die konkret verorten konnten. Und das ist uns bei einem Lager in Teckesch, im Kreis Teckesch gelungen. Außerdem gab es Fotos, die GPS-Metadaten enthalten haben. Wenn ich ein Foto mache, dann ist es so, dass abgespeichert wird, welche Kamera und so weiter. Und da war auch manchmal der Standort enthalten, eine halbe Stunde Autofahrt entfernt. Wir haben die Fotos, in dem Fall der Spiegel, dem Fraunhofer-Institut vorgelegt. Die haben ein forensisches Gutachten erstellt. Auch da gab es keine Manipulation. Also viele Mittel und Wege. Und nach unseren Recherchen spricht viel dafür, dass die Daten echt sind und eben nichts dagegen. Das ist ja eine sehr aufwendige Recherche. Gab es etwas, was Sie dabei überrascht hat? Mich persönlich hat überrascht, diesen Menschen in die Augen zu schauen. Man muss sich vorstellen, das sind 5000 Fotos insgesamt. Die sind so aufgemacht wie Fahndungsfotos, wie man das von der Polizei kennt. Und aus den Listen wissen wir, dass 3000 davon inhaftiert sein sollen. Und diesen Menschen in die Augen zu schauen und dann noch über die Haftgründe zu lesen, warum diese Menschen interniert wurden, ist sehr für mich hart gewesen. Da steht dann zum Beispiel drin, dass eine Person war für 15 Tage in einem Fitnessclub und dann wurde sie zu 12 Jahren Haft verurteilt. Eine andere Person hat eine Stunde lang eine Audiodatei gehört, in der es unter anderem um religiöse Steuern ging. Auch diese Person wurde verurteilt zu 20 Jahren Haft. Das klingt für unsere Maßstäbe, würde ich sagen, etwas absurd. Dass es Menschenrechtsverletzungen an den Uiguren gibt, ist ja leider nicht neu. Was muss denn aus Ihrer Sicht passieren, um solchen brutalen Umgangsweisen einen Riegel vorzuschieben? Diese Frage haben wir auch Reinhard Bütikofer gestellt, Vorsitzender einer China-Delegation und er sitzt im Europaparlament. Er hat die Bilder gesehen und hat gesagt, das sind Bebilderungen des Grauens, das ist ein Zitat von ihm, und gesagt, da müssen jetzt Sanktionen her. Hakan Tarnowalde in München, vielen Dank für diese Einblicke in die Recherchen. Vielen Dank. Vielen Dank.